Und jetzt ein kleines Update zu den Spielen, die ihr via Xbox Touch Controls spielen könnt. Das heißt direkt am Smartphone mit eingebetteten Touch Controls. Und zwar sind die teilweise wirklich speziell für dieses eine Spiel angefasst worden. Ihr seht es auch hier gut im Bild dargestellt. Es gibt bereits über 100 Spiele im Xbox Game Pass Ultimate, die ihr mit Touch Controls spielen könnt. Jetzt kommen weitere 15 Spiele hinzu. Das wären Amnesia Collection, Amnesia Rebirth, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, Easy League of Super Pets, Retroscripto und Ace, Disney, Dreamlight Valley, Football Manager 2023 Konsole, Fugger, Melodies of Steel, Ghost Song, Immortals, Phoenix Rising, Pentiment, Scorn, Zoma und YouSuck at Parking.